Wo bin ich denn jetzt schon? Ach nee. Nein, das ist doch das FNAF Universum oder? Nein. Der Typ. Einfach nein. Und hiermit Willkommen zu Fight Night at Freddy's Paint to the Red. Fühlen wir's? Mal gucken, was man hier machen muss. Oh! Das war ein Fehler! Ein ganz großer Fehler. Hallo! Hallo! Hilfe! Ich hab hier viele gemacht! Ich will doch mal! Oh! Ready! Hau ab! Ja, wie stark der Blut ist. Digga, dieser ganze Raum! Uh! Der ist down! Oh! Oh! Der ist weg! Oh! Oh, these zwei! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. auch verdammt das ging zu schnell und sagen wir starten da bin ich gleich wieder wo ist die unterstrecken und das war gleich echt eng weg mit dir ich hole mal eine waffe irgendwo her ach nee da hat man noch etwas rum nein oh das war noch schneller ja warum ist hier weggepackt liegt hier irgendwo eine waffe hop gib ihm oh oh rump oh gerade hop weg mir hier weg die reine unbezahlen aber ich nicht nur dass das kalt jetzt habe ich ein kleines problem irgendwann verlegen was rum irgendwas auch immer kurz zum boxen wenn nichts passiert dann schnell ich jetzt auch bis zum rach geht ok wir gucken noch mal ob da irgendwo was liegt nicht immer noch weg mit dir weg mit dir freddy 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 jetzt bin ich dran versteckt noch ein bisschen licht ernst weg keine waffe okay ja rein da das ist schein wird so oh ja wohl sieben minuten und ich hab dir auf der holt weil es meine spiele alles ich glaube viel erklärt deswegen das war's mit dem video bis dann